Musik Moin Leve Lüth, Turbocaine Mode. Heute sind wir an einem ganz besonderen Ort. Wir sitzen heute nämlich auf der Bühne im Unsorgtheater. Wir dürfen hier sein und heute zu Gast ist der Peter. Der Peter vom Licht. Hallo, Lara. Peter, wo du eigentlich hüt in Plattütschnacken mit mir? Das Motto wäre ja, wo kein Moogt. Und ich habe mir gedacht, das hüt wir doch in Plattütschnacken eigentlich. Und ich weiß, ich konnte eigentlich gar kein Plattütschnacken so richtig schnacken. Ich verstehe das gar nicht gut. Mein Schnacken ist halt ein bisschen ein Schwor für mich. Achter die Kulissen hat halt immer Hochdütschnacken. Und wenn wir mehr Plattütschnacken auch Achter die Kulissen schnacken würden, würden wir das auch vielleicht wieder hinkriegen mit der Plattütschnacken. Und ich finde das halt total wichtig, dass die Plattütschnacken nach oben bringen und das auch schnacken, weil das eine tolle Sport ist. Ja, und außerdem darf man sich ja auch mal trauen, Fehler zu machen. Fehler zu machen ist total in Ordnung. Nur so können wir ja auch lernen. So funktioniert ja auch Evolution irgendwie. Wir müssen Fehler machen und dann kann was besser werden. Genau, so ist das. Macht Spaß mit dir auf Plattdeutsch. Dankeschön. Dankeschön. Peter, was ist eigentlich der Job hier im Ohnsorgtheater? Also ich bin Beleuchtungsmeister im Ohnsorgtheater. Ja, schon lange Zeit. Ich bin dafür zuständig, die Stücken halt zu leuchten, um, wie gesagt, die Schauspieler zu wiesen und das Bühnenbild auch. Und das ist ja auch eine große Kunst für sich, oder? Wir sind dafür da, das Stück halt nach vorne zu bringen, Gefühle zu präsentieren und Unterstützung. Das ist nur das Licht. Also wir können ohne die Schauspieler nur Licht machen, wäre halt langweilig, glücklich. Also die Schauspieler sind eigentlich diejenige, die Ferns machen und wir machen das drumherum, dass das passend machen. Deswegen heißt das ja auch Crew, ne? Crew, genau. Also wir machen das ja alle zusammen. Genau. Wir arbeiten das Konzept mit Beleuchtungsmeister, Bühnenbild und Regie. Wird halt Lichtkonzept gemacht und dann gucke ich halt, dass ich das halt umgesetzt kriege, wie das Bühnenbild und Regie das haben wird. Ja. Und was ja auch viele, glaube ich, gar nicht wissen, ist, dass wenn denn die Bühnenproben anfangen, die SchauspielerInnen, also das erste Mal auf der Bühne proben, dass ihr ja auch dann schon dabei seid und das Licht mitgesetzt wird und das Licht ja genauso eine Probe hat, wie wir in diesem Fall. Genau. Meist aber viel weniger, muss man sagen. Ja, das muss man sagen. Also viel, viel weniger. Und das ist ja dann für euch sicherlich auch aufregend. Genau. Und wir müssen halt, genauso wie ihr, wir müssen es halt auch liefern. Also das ist schon so, wenn ich da ein Licht muck und der Regisseur sagt, was ist das denn, irgendwie Pfand gucken legt, dann muss ich mir was Nähes überlegen. Und das ist meist nicht so Licht, weil wir haben nicht so viel Tid wie die Schauspieler, die fünf Wochen Text lernt und den dann natürlich nicht nur erzählt, sondern halt auch da steht, was sie da muckt. Ja. In der kurzen Tid, weil jetzt sind wir in Proben und da muss das eigentlich alles passen, weil wie gesagt, das Schauspiel muss auch noch Tid haben und so, das ist knapp. Ja. Ja, ganz schön, viel Arbeit. Wie viele Leute seid ihr denn eigentlich im Licht? Wir sind vier. Vier Lüt, jo. Und Peter, nun sag ich doch mal, wo lang muckst du das eigentlich schon? Oh, jo. Seit, also Anfang bin ich, Netan 100, Fifonetig in Wohnsorg. Das sind jetzt bald erst 27 Uhr. Wow. Also meist mehr als 200 Stücke, die ich inlüchtet habe. Krass, das ist eine lange Zeit. Also ich werde dieses Jahr 30. Das heißt, du bist schon fast mein ganzes Leben hier im Theater. Ja, und viel erlebt in den 27 Jahren. Das kannst du mir glauben. Der Klöding. Ja. Jetzt vertan uns doch mal, wo bist du denn eigentlich hierher gekommen? Ja. Ins Unsorgtheater? Jo. Mundpropaganda, wie das wirst. Ja. Ich bin vorher in Kammerspielen gewesen und in Altona-Theater, in Lübeck, in der Muck, beim Fernsehen habe ich gearbeitet und dann, wie gesagt, ein engen Kollege, der hier arbeitheft, ich weiß gar nicht mehr genau, wer das wäre, der hat mir vermittelt ans Unsorgtheater. Ja, er hat gesagt, hier, ich kenne den Peter Schipke, ihr ruft den mal an und dann bin ich hier gelandet. Und dann bin ich hier gelandet. Wahnsinn. Das ist eine lange Zeit. Ja. Kommt dir das so lange vor? Nee, wirklich nicht. Nee? Nee, wirklich nicht. Vergeht die Zeit schneller? Wie ist das? Du arbeitest gerne hier, ne? Ja. Du bist ja schon, sonst bleibt man ja auch nicht so lange an einem Ort. Nee, das tue ich wirklich. Nee, das Umsorgtheater ist für mich das Kröt, muss ich echt sagen. Wirklich. Total toll. Aber die Kollegen irgendwie sind wirklich großartig. Auch meine Crew, also die jungen Leute, die ich habe, dass die so einen alten Sack, die mich da akzeptieren. Was bitte? Ja, alten Sack. Was? Seht man das nicht? Alten Sack? Ich bin ein alter Sack. Ich bin bin 60, 60 year old. 60? Seht man 60? 60. 60 year old. Also, und da bin ich in einem alten Sack. Das Licht, das ist so gut hier, ob du bist. Ich sehe gar nicht, dass du in einem alten Sack bist. Doch bin ich aber. Nee. Der Peter, der das Nackenbein fehlt. So, Peter, verteid uns doch mal. Hast du eine Anekdote? Jo, da habe ich ihn. Jo. Auf dem alten Hus, der hat mir gespielt, nichts als Kuddelmuddel. Das wäre so etwas ähnliches, wie der nackte Wormsinn. Und da hat der Oskar Ketelhut tatsächlich in dem Stück, in einer Tour, hat er das wiederholt. Pampf und die schiefe Schier. Und ich habe immer gedacht, was nackt der da? Weil fast darum kann ich Plattdeutsch meist ganz gut. Nur mit's Nacken, weil wir das halt nicht so oft machen. Hinter der Kulissen wäre halt besser, wenn man noch öfter mal aufs Platz nackt. Dann würde ich das auch besser können. Jedenfalls, der Oskar Ketelhut hätte immer gesagt, Pampf und die schiefe Schier. Und dann habe ich Wilhelm Fricke gefragt, was ist der Oskar da immer? Und Wilhelm sagt, keine Ahnung, was hat der Pampf und die schiefe Schier? Weit ich nicht. Und jetzt frage ich dich mal, weißt du was hat der Pampf und die schiefe Schier? Pampf und die schiefe Schier vertedert wohl. Schier? Das ist ja peinlich. Die schiefe Schier vertedert. Die schiefe Schier, ich weiß es nicht. So, da kann man mal sehen. Die Scheibe ist sauber. Pampf. Die Schiefe ist? Schier. Ah, Schier. Schier, sauber. Ja, sauber. Ja, das ist Schier. Stimmt. Und das hätte Oskar mir dann vertelt, weil ich hätte das nicht verstohlen. Ja. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Sag mal, was ist denn dein Lieblingswort auf Platz? Das ist tatsächlich komodisch. Ja. Oh. Das kann ich verstehen. Das ist ein sehr gemütliches Wort, ja. 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 Das passt auch gut zu dir, finde ich. Jo. Ich mag das auch gerne. Komodisch. Ja. Und Immunsorgtat ist das ja auch meist... Komodisch. Komodisch. Lass uns mal beide so in das Licht gucken, so. So machen wir, knallt mal die Augen so ein bisschen. Kann ich gar nicht. Ich kick dir ja immer rennen in das Licht. Und dann fällst du nachher in ein Loch, weil du so geblendet bist, dass du nicht mehr kicken kannst. Du hast recht jetzt nicht. Ich auch nur noch so einen Punkt. Ja. Okay. So ist das mit dem Licht. Peter, was sehen wir hier eigentlich? Wie viele Lampen hängen hier denn bitte? Also das sind ja wahnsinnig viele. Jo. Für das kleine Husten sind das schon ein paar nicht viele Lampen. Jo. Da hast du wohl recht. Das sind ein paar. Ich werde gar nicht viel, viel, viel hebt. Wir hebt halt schon auch viel LED-Licht und auch bewegtes Licht. Das heißt, bewegtes Licht ist auch ein schönes Wort. Ja. Bewegtes Licht ist so bewegen. Ne, wir haben so Moving Lights. Ne, Deutsch-Headert Moving Lights. Die können sich so, das Licht, die können das so bewegen. Können da so groben rein machen und sowas. Da haben wir auch zwei da vorne hängen. In der Z-Brücke haben wir zwölf Imi-Zooms. Scheiben wir für zwei kW. Oh, ganz kurz. Für alle, die nicht wissen, was ist die Z-Brücke? Was ist denn die Z-Brücke? Die Z-Brücke ist da hinten. Das große, wo da ganz viele Lampen drin sind. Das ist die Z-Brücke. Die ist halt im Zuschauerraum. Deswegen geht das Z-Brücke. Und ein weiter vor ist die Portalbrücke. Vorbühnenzug vielmehr. Jetzt rede ich noch Blödsinn. Vorbühnenzug. Vorbühnenzug. Genau. Und dann kommt die Portalbrücke. Die sitzt hier unter dem Portal. Das ist das, was ihr oben seht. Und das da vorne, dieses kleine Fenster, was sehen wir da? Da sehen wir das Stellwerk. Oder, nee, Deutsch, die Lichtregie. Kannst du mich da gleich mal hinführen? Können wir uns aber ein bisschen umgucken. Ja, dann können wir umgucken. Ja, dann können wir umgucken. Gerne. Okay. Ladies first. Ja? Ja. Haha. Okay. Wie viele Treppenstufen laufen wir denn jetzt hoch? Gut. So, zehn mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn. Sind sie wohl zwanzig gewesen. Wahnsinn. So, jetzt sind wir hier oben auf der Galerie des Ohnsorgtheaters. Hier war ich noch nie. Dann gucken wir mal runter. Aber der Vorhang kommt mir bekannt vor. Ja. Das ist der Vorhang von Rita. Von Rita. Billard Beeten. Krass. Und wie hoch ist das jetzt? Wir sind so fünf Meter hoch. Wenn wir runterkommen, tust du ja sieben Meter. Ungefähr fünf Meter hoch stehen wir ja. Was ihr jetzt da unten seht, ist natürlich ein Bühnenbild. Dass er eben noch nicht war. Das liegt daran, dass wir nicht live sind. Wir sind nochmal an einem anderen Tag hier hochgekommen. Schön. Das ist fein so. Das ist fein. Jo. So und was sehen wir hier alles? Hier ist die Portaldrücke zu sehen. Hier auch die jeweils von oben. Hängt Scheinwerker. Kann man gut gucken. Genau. Oh, die Disco Kugel. Die Disco Kugel. Ist die auch von Rita? Ich glaube, die ist auch von Rita. Die ist auch von Rita, ja. Da hängt sie aber nicht da, sondern im Bühnenbild. Genau. Die haben wir da rübergelegt, weil die jetzt stört. Bei dem Stück. Genau. Toll. Und jetzt gehen wir noch einen höher zur Zeltbrücke? Ja, wir gehen noch einen weiter zur Zeltbrücke. Vorher haben wir hier noch ein kleines Beleuchtungslager. Kann man da auch gleich mal einen Blick reinwirken? Uiuiuiuiuiui. Das sind aber viele Kabel. Kabel, viele Kabel und viele Scheinwerfer. Und Scheinwerfer. Und Scheinwerfer. Oh, du bist schon schmuddelig geworden am Rücken. Du hast dich schon... Irgendwo hast du dich schon... Das wird dir jetzt auch gleich passieren, wenn du den Kopf nicht einziehst. Ja, okay. Kopf einziehen, ne? Hat er gesagt. Kopf einziehen. Kopf einziehen. Uiuiuiui. Ab in den Tunnel. Das ist ja gerade so perfekt für so kleine Menschen wie mich hier. Ja, jetzt sind wir auf der Zeltbrücke. Die sind ja noch größer, die Scheinwerfer. Genau. Das sind eben so ein 2 kW Profilscheinwerfer. Genau. Von Nidhammer. Und das ist richtig warm hier oben. Das wird wahrscheinlich während der Vorstellung noch muckeliger, ne? Da hast du hier schon mal so 30, 35 Grad. Genau. Da kannst du hier oben auf den Scheinwerfer dann kannst du Eier braten. Also ein Scheinwerfer hat halt 5% Lichtausbeute und 95% ist Wärme. Tatsache. Wärmestrahlung. So ist das, ja. Und sag mal die Decke. Warum sieht die so flauschig aus, als wäre hier so ein Teddy an der Decke? Ja, das ist Brandschutzputz. Darf ich das anfassen? Das darfst du auch anfassen natürlich. Ist aber eklig. Oh. Ne, das fühlt sich gar nicht so weich angekommen. Sieht aus wie Asbest, finde ich. Ja. Soll aber keiner sein. Ne. Ah, okay. Das heißt. Aber es ist ein Brandschutz. Tatsache für diese Stahlträger, die hier untersitzen, dass ein Brandfall, das ein bisschen geschützt ist. Dass die sich nicht verformen, beziehungsweise danach gehen. Hier steht ja das ganze Biberhaus oben drauf auf dieser Zeltbrücke. Ah ja. Tatsache. Wir sind ja mit dem Theater hier reingebaut worden. in das bestehende Gebäude. Ja, Wahnsinn. Das heißt, dieser ganze, ganze Raum, den gab es noch gar nicht? Ne, den gab es nicht. Den haben die, wie gesagt, die haben auch einen riesen Träger eingezogen über die Bühne, um da überhaupt noch Stützpfeiler wegnehmen zu können. Das heißt, hier wurde quasi auch eine Decke rausgerissen? Genau. Ja. Das sind ja mehrere Geschosse jetzt. Genau. Das haben die in das Gebäude reingebaut. 2011. 10, 11. Ja. Wahnsinn. Genau. Und sag mal, wie hoch sind wir jetzt hier? Also wenn ich da so runter gucke, kriege ich richtig weiche Knie. Naja, kommt. Naja, kommt. Ist so. Naja, das ist so wie auf dem 10 Meter Träger. Vielleicht ist es 12, 13 Meter. Aber höher sind wir glaube ich nicht. Wahnsinn. Ja. Gehen wir nochmal ins Stellwerk. Dann hätten wir eins. Wollen wir dann von hier machen? Wollen wir hier durch? Ja. Also du warst schon... Ne. Das ist ja mind-blowing. Okay. Hier sind wir. Verrückt, ne? Das ist ja unglaublich. Ich weiß nicht. Das ist ja unglaublich. Ich weiß nicht. Ja. Das ist aber ein bisschen hoch. Ja. Wer saß da vor dir? Ich hab doch gerade den was ich sehen. Peter, was ist denn das hier für ein besonderer Ort? Wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Ja, das ist das Stellwerk. Die Stellwarte vom Ohnsorgtheater, Stellwerk, das Stellwerk vom Ohnsorgtheater. Nee, das schädet ja Lichtregie, aber ich sag da mal Stellwerk-Turm. Wenn du wütten willst, wo der Name herkommt, was meinst du, wo der Name herkommt? Stellwerk. Irgendwas hinstellen, Licht stellen. Nö, das kommt tatsache von der Bundesbahn, von der Bahn. Weil die haben damals Stellwerken gehabt, wo die Weichen gestellt worden sind. Und die Stellwerke, früher die Ohlen-Pulte, also die Ohlen-Lichtpulte, die sahen genauso gut, wie die Stellwerken bei den Bahn. Und deswegen kommt der Name Stellwerk jetzt. Stellwerk. Krass. Und jetzt funktioniert das alles mit modernster Technik. Sehr vielen Knöpfen. So ist das. Hier sitze ich eigentlich auch nicht so offen, wenn ich leider bin. Ich mag das eigentlich total gerne, Lichtfunk, aber das darf ich halt eigentlich nur noch selben. Ich mag da irgendwie ganz tolle Jungs, die ich mag da irgendwie, und ich mag da irgendwie andere Sachen in Vorbereitung oder so. Das stimmt. Ihr seid ein tolles Team auf jeden Fall. Ja, sind wir. Ganz tolle Leute. Ich bin ganz stolz drauf, wir so tolle Leute haben in der Beleuchtung. Das ist schön, das ist schön, dass du das sagen kannst. Ja, also und was für ein verrückter Blick von hier auf die Bühne. Den kannte ich ja noch gar nicht. Man könnte es auch hell und hell zusammen da. Guck mal, siehst du das? Magst du nochmal? Ja. Peter, vielen Dank, dass wir beide uns hier auf der Bühne noch mal ein bisschen unterhalten haben. Dass du mir mal ein bisschen was erzählt hast. Was bedeutet das überhaupt, hier mit dem ganzen Licht zu arbeiten? Und ich glaube, das wissen viele da draußen nicht, was das eigentlich bedeutet und wie viel Arbeit das ist. Deswegen danke, dass du uns heute ein bisschen was vertellt hast. Danke dir, Lara, für die tollen Fragen. Vielen Dank. War super. Mir hat Spaß gemacht. Schön. Bis zum nächsten Mal. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Tschüssi. Tschüssi.